Das Feriendorf Gemünd liegt eingebettet in einem Talkessel direkt am deutsch-luxemburgischen Grenzfluss Ur. Die neun Ferienhäuser liegen weit verteilt durch Büsche und Hecken voneinander getrennt am Hang des Berges. So ist man auf der eigenen Terrasse immer ungestört und hat gleichzeitig viel Platz zum Sonnenbaden oder Toben. Alle Häuser sind vollständig eingerichtet und werden mit Solarstrom versorgt. Je nach Bedarf bieten die Häuser Platz für fünf bis acht Personen. Ein Spielplatz und eine Spielwiese lassen einen Urlaub im Feriendorf für Kinder nie langweilig werden. Auch die wilde Natur macht den Urlaub zu einem aufregenden Erlebnis. Das Ufer der Uhr wird gerne zum Treffpunkt im Feriendorf. Hinter einer Flussbiegung bietet ein Naturpool ideale Bedingungen zum Schwimmen. Für die sportlichen Gäste ist eine Fahrradtour genau das Richtige. Pferdeliebhaber können die Gegend außerdem vom Rücken eines Pferdes entdecken. Mitten im Naturpark Südeifel gelegen ist das Feriendorf Gemünd ein idealer Ausgangsort für Wandertouren aller Art. Etwa einen Kilometer vom Feriendorf entfernt liegt der idyllische Ort Gemünd. Die nächstgrößere Stadt ist Vianden nur etwa neun Kilometer weiter. Die malerische Altstadt macht Vianden zu einem attraktiven Ausflugsziel für Touristen aus aller Welt. Auch die Burg von Vianden ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ein typischer Abend im Feriendorf Gemünd lässt sich in einer gemütlichen Runde am Lagerfeuer verbringen, wo über die Erlebnisse des Tages erzählt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.b